Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute in Dämonologist unterwegs. Mir gruselt es vor dem Game, das wisst ihr ja schon. Da die letzte Runde ja nichts ohne war. Mal schauen, was uns alles heute hier erwartet. Über einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich natürlich wie immer sehr, sehr freuen. So, genug gequasselt. Wir starten das Spiel. So, hier sind wir in unserer süßen kleinen Lobby. Am liebsten würde ich natürlich hier bleiben, mich vor dem Kamin setzen, ein Feuerchen anmachen, mich in die Decke kuscheln und ein schönes Buch lesen. Aber nein, 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 wir wollen Geister austreiben. So, achso, ich muss erst mal ein Spiel wählen. So, Einzelspieler. Kaufen kann ich nichts, ich habe nichts. Deswegen springen wir gleich los in das verlassenen Haus. So, Start. Das war wieder woanders, gell? Ja, hier, beginnen. Oh, mir gruselt es. Mir gruselt es so sehr auch. So, hier sind wir. Hier sind wir. Wir haben ja noch gar nicht viel, weil ich habe ja noch gar nichts geschafft. Kein Geld verdienen können, nichts. Wir nehmen hier unser EMF, unsere süße kleine Kakerlacke mit. Wir nehmen hier eine Taschenlampe mit. Und ich glaube, ich nehme mal gleich die Leinwand mit. Mal schauen. So, Taschenlampe. Wo habe ich sie? Da. Totenköpfe. Totenköpfe. Also mit Renne ist immer noch nicht viel, gell? Oh, ich will gar nicht rein. Oh, bop, 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 bop. So, mal schauen, was wir hier fabrizieren. Wir machen erstmal Lichter an. Was habe ich hier? Ist das eine Kerze? Ah, nee, das ist vom Wasserhahn. So, Kakerlacke. Mal gucken, wo du anfängst zu rennen. Also das Ding, das gefällt mir auch immer noch nicht. Irgendwie süß, aber auch irgendwie gruselig. So, was haben wir hier? Hier ist ja immer noch... Do you want to play ball with me? Ball, ball, ball. Ball, ball, ball. Was ist das hier? Hast du so ein Putzmittel nur? Na, ich sag doch, das ist ein gruselig an das Spiel. Das ist nichts für mich. Ich muss aufhören. Ich bin ja noch nicht in meinem Haus gewesen. Oh Gott. Oh, nee. Was macht das Spiel mit mir? Was steht denn hier drauf? Oh Gott. Ich finde, das ist das schlimmste Horrorspiel, Hunting Game, was es gibt. Victoria. Und jetzt? Huh! Okay. Da stand Victoria drauf. Da kriegt man die Tür offen. Was machst du? Du guckst mich an! Angel, Angel. Machst du auch was? Lass mich ja in Ruhe mit deinen komischen Augen. Da ist eine Kakerlake. Ist das ein Hinweis? Ist das... Wie viele verschlossene Türen, Geheimtüren gibt es denn hier eigentlich noch? Das sollte ein kleines verlassenes Haus sein, das entpuppt sich immer. Habt ihr das gesehen? Der hat sich in dem Baum versteckt, im Bild. Hier, das Bild bewegt sich. Dream. Dream, geht es doch auch auf. Ja, das geht auch auf. Nee. Nee. Oh mein Gott. Was tut... Das ist doch die Mond-Mond-Sinfonate, oder wie das heißt, oder? Will ich mich nicht täuschen. Was haben wir hier? Kaffee, äh, Kaffee, Kaffee, Fintown. Ich bin total... Oh, mein Kreislauf, mein Herz. Am liebsten rausgehen. Das wird lauter. Das wird lauter, gell? Oh Gott, oh Gott. Wie viele Geheimtüren hat dieses kleine Haus? Geht das hier auch wieder zu? Oh, ist das gruselig. Diese Augen. Die hat doch gerade geguckt, oder? Ja, guck mal. Die kann da durchgucken, oder? Bei den Augen. Anger. Ich geb dir gleich ein Anger. Ich hab Angst. Oh, ist das dunkel hier. Ist das auch eine Türe? Das war nur so aus, gell? Oh, ich hab Gänsehaut durch und durch. Was steht da? Nee, das ist ein Lichtschalter. Da steht gar nichts. Da ist nur ein Lichtschalter. Oh. Da ist diese Magna. Macht die auch was? Da kam doch auch dieses Gespenst raus, gell? Da in der Demo-Version. Magna! Die macht nix. Nee, lass mich in Ruhe. Die macht gar nix. Ein Kitschabort. Wie funktioniert das mit dem Kitschabort? Was kann ich hier... Ich lege mal das hier ab. Oh Gott, was mache ich da? Kannst du sprechen? Kommuniziert das mit mir? How old are you? Oh mein Gott, es schreibt. 816. Where are you? Ich hab Gänsehaut. Das ist das gruseligste Spiel, das ich hier gespielt hab. Köl... Was? Köl... Z... Was? Ha. Hey. Kölst, hey. Und... Ich geh gleich raus. Da passiert wieder was. Boah. Ey. Ich... Ich kann gar nicht viel reden. Das ist so... Gruselig. Ich hätt mal gucken, wie der Gespenst heißt. Ich bin halt einfach wieder nur so... Blauäugig rein. Wie immer halt, ja. Ich werd sterben. Passiert hier was? Machst du mit mir was? Da ist ein Fernse... Das Licht hab ich nicht... Oh! Ich dachte schon, da steht jemand. Ich hab 5! EMF5! Oh mein Gott, raus! Halt! Ich wollt hier noch das da hinstellen. Wie mach ich das? So. EMF5! Oh! Oh, rennen kann ich ja nicht viel. Ich hab immer meine Maul... Ah, meine... Mein kleinen Finger auf der Schrift, dass... Dass ich so schnell renne. Aber das... Wird nix. Also... Oh... Oh mein Gott. Ich bin grad... Huh! Ich wusste gar nicht, dass da zwei Geheimtüren sind. So, Moment. Wir gehen in die Beweismittel. Das war auf... Jot? Ja, Jot. Ich hab tägliche Gewäste. Das ist auch was Neues, gell? Da hab ich noch so viele. Aber wisst ihr was? Die gehen mich grad... Was hat... Doch, eine hab ich schon. Kicherhackbord. Zum Krankenhaus gehen. Das kann ich ja noch nicht. Die Karte hab ich noch nicht. Ich sorge dafür, dass der Geist die Kerze auspustet. Das kann ich auch nicht machen, weil ich noch keine Kerze habe. So. Wie? Meine Sanity ist schon runter auf 23? Ich werd sterben. Ich werde sterben, selbst wenn jemand neben dir ist. Wird er dir antworten. Olive Lindsay. Olive. Das ist ein schöner Name. Olive Lindsay. Ich hab keine Sanity-Pilze. Ich kann mir gar nix leisten. Ich hab kein Geld. Und ich hab nur noch Sanity 23. Ich leg das jetzt hin und hoffe, dass ich irgendwelche Info ganz schnell bekomme und hoffentlich irgendeinen Geist richtig errate, dass ich so mindestens Geld bekomme. Oh mein Gott. Ich werd sterben. Ich hab nur noch Sanity 23. Ich werd sterben. Wo ist die... Hier ist das. Äh. Das Bild. Da ist ein Schatte. Der war doch vorher nicht da. Da ist doch irgendwas. Ist das auch so sichtbar? Ja, das ist auch so sichtbar. Oh mein Gott. Hat der irgendwas gemalt? Ne, ich lass das jetzt hier mal. Und ich muss mich jetzt echt beeilen. Ich hol noch da... Diese Talking-Box da. Dieses Radio. Dass der mit mir redet. Ich hab bis jetzt nur eine einzige Evidence. Oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass dahinter auch noch so eine Geheimtür ist. Und wieso ist meine Sanity so schnell unter? Eine 20. Auf eine 20 schon. Wie heißt die Nummer? Olive Lindsay. Olive Lindsay. Olive Lindsay. Miss Lindsay. Aber wieso ist das jetzt so schnell runterkutscht bei mir die Sanity? Ich weiß es nicht. Olive Lindsay. Talk to me. Sag hallo und ich sag tschüss und ich geh raus und mal mir ein Bild und das war's dann bitte. Das wäre ganz, 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 ganz lieb. Oh, ich dachte, da steht wieder was. Passiert hier irgendwas? Can you talk? Olive Lindsay. Are you here? Where did you die? Talk to me. How old are you? Where are you? Ich hör doch Schritte. Olive Lindsay. Are you here? Where are you? Es passiert wieder was. Wie viele Sachen habe ich in meiner Hand? Das Ding kann ich auch noch aufnehmen. Oh, ich hab so Schisse. Finde ich da irgendwelche Flecken mit dem? Also ich brauche diese, für Fingerprints brauche ich ja die andere Lampe. Oh Mann, ich geh, ich geh hol und hol sie schnell. Oh, was passiert jetzt? Irgendwas passiert wieder. Raus, raus, raus. Kann die mir hierher folgen? Weil ich brauche ja die UV-Lampe für die Fingerprints. Kannst du ein bisschen schneller laufen? Du bist mir zu langsam. 18. 18. Bei 18 bin ich schon. Ich werde sterben. Wieso ist das jetzt so schnell runtergegangen? Das war bestimmt gleich der Geist ganz am Anfang gleich, schau. 100%ig. Oh, ich will da gar nicht drin sein. Was tue ich mir hier an? Ich habe irgendwas gehört. Oh, Mama Mia. Ich will weg, ich will weg, ich will weg. Da ist er, da ist er. Oh, Scheiße. Die Tür ist zu. Hau ab, hau ab. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Renn, renn, renn. Nicht sterben. Komm bitte nicht wieder von der Seite. Nein, 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 nein. Hör auf mich zu jagen. Hör auf mich zu jagen. Hör auf mich zu jagen. Hör auf zu jagen. Hör auf zu jagen. Hör auf. Ich bin tot. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich finde, dieses Spiel ist das Gruseligste, das Schlimmste und auch wirklich das Schwerste. Oh. Ihr Lieben, das wird ein Akt ohne Ende. Ein Akt mit wem haben wir es denn zu tun gehabt? Wraith. Und was sagt mir dieser Wraith? Komme ich jetzt da rein? Nee, Moment. Oh, nee, da komme ich nicht rein. Doch. Wraith. Geister. Was kann ich über dich lernen? Wir haben keine Daten. Schwäche, wir haben keine Daten. Elektroplasma-Flecken hätte ich welche gefunden und Fingerabdrücke. Aber warum ist die Sanity so schnell runter? Das ist doch verrückt, oder? Oh. Ihr Lieben, wir versuchen es noch einmal. Aber das nächste Mal. Ich muss mich jetzt schon mal ein bisschen beruhigen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal, eure Hysteria. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.